Ein schöner Garten ist Ruhepol und Spielplatz zugleich. Damit das so bleibt, bietet BioHort Stauraumlösungen für jede Anforderung. Die Loungebox ist ideal zum Verstauen von Sitzkissen, Spielzeug und allen Dingen, für die Sie sonst keinen Platz haben. Die Gasdruckfeder garantiert eine komfortable Deckelöffnung. Die Loungebox ist regenwasserdicht. So bleibt das Innenleben garantiert trocken und übersteht unbeschadet jedes Wetter. Zusätzlich sichert die Zylinderschlossverriegelung den Inhalt vor unbefugtem Zugriff. Das Deckelnetz ist perfekt für die Aufbewahrung von Kleinteilen. Weitere Details finden Sie auf www.biohort.com Eine kluge und durchdachte Aufbauanleitung macht den Zusammenbau des Produktes zum Kinderspiel. Mit den Abmessungen 160 x 70 cm und einer Höhe von 83 cm fügt sich die Loungebox überall perfekt ein. Außerdem können Sie zwischen drei ansprechenden Farben wählen. Silbermetallik Weiß Und Dunkelgrau Metallic Biohort steht für Qualität. Deshalb gewähren wir 20 Jahre Garantie. Aufgrund des hochwertigen Materials und der sorgfältigen Verarbeitung muss ein Produkt von Biohort niemals gestrichen werden. Auf Wunsch liefern wir ohne Aufpreis direkt zu Ihnen nach Hause. Perfekte Stauraumlösungen für den Außenbereich. Entdecken Sie weitere Qualitätsprodukte von Biohort auf www.biohort.com Qualität in Bestform. Made in Austria.